Das ist erbärmlich. Selbst am Ende der Welt bringen sich die Menschen für Macht gegenseitig um. Apropos erbärmlich. Wo ist der Admiral? Unser Kommandant ist verschwunden. Ich fürchte, er wurde mit den anderen gefangen. Keine Sorge. Wo er herkam, gibt es immer noch einen Admiral. Vielleicht ist Jinnai wirklich seinen eigenen Weg gegangen. Denn ja, ist er jetzt der Wildnis ausgeliefert. Können wir dann diesen verfluchten Felsen verlassen? Nein, stelle einen Suchtrupp zusammen. Viele unserer treuen Gefährten wurden gefangen. Wir müssen sie vor dem Abend finden. Ich glaube, sie zu finden ist leichter als du denkst. Amen. 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 Amen.